Machen Sie sich lang, ein Bein nach dem anderen, behutsam ausstrecken. Die Hände verschränken, Arme ausstrecken, die gestreckten Arme hinter den Kopf absenken, Schultern nach außen unten setzen und dort halten. Nun die Handflächen nach oben vom Körper weg, die Fersen in die Gegenrichtung nach unten vom Körper weg dehnen und den Körper in die Länge ziehen. 20 Sekunden halten, kurz entspannen, nochmal richtig schön durchstrecken. Entspannen. Absolvieren Sie dieses Kurzprogramm für die Haltung mindestens dreimal pro Woche. Es eignet sich auch vorzüglich als Dehnprogramm nach Ihrem Lieblingssport oder Ausdauertraining oder als Vorbereitung für effektives Krafttraining an Maschinen. yahoo schümmeln Season 1